Rolls, das kommt, Freunde, ne, mit der Alva-Flasche in der Hand. Ich habe eine unglaubliche Alva-Flasche und die zerstört alle Gegner und sogar Wände brechen teilweise, ja, mit dieser normalen Attacke schon, das ist sehr krass. Und als Super-Skill habe ich eine XXL-Alva-Flasche, die alles überrollt und eine Dampfwalze, die über die Gegner drüber rollt. Ist natürlich mega OP und der hätte auch eine eigene Seltenheitsstufe und zwar Lukas. Krass als legendär, natürlich, Leute. Kommen wir zum nächsten Brawler, Minesweeper.